Großes Lob an den Kantinenkopf vom Finanzamt Schwämm. Super, 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 äh... Lecker. Lecker. Ach ja, wo ist auch schon... So, hier kommt gerade eine Zuschauerfrage rein, die ich eben kurz vorlesen darf. Die Frage an Fischi lautet, wann gehen Sie heute ins Bett? Fragfischi. Das hängt ein bisschen davon ab, wie viel Wodka Thorsten noch hat. Thorsten. Ja, Wodka haben wir nur noch mit Gras. Und das ist, kommt drauf an, wie wir jetzt... Wir dürfen ja noch keine Werbung machen, also erst, wenn wir dafür bezahlt werden. Also wenn Graskost, kann ja aber hier jetzt vorbeischauen. Also wir sind offen für Angebote. Wie nochmal die Frage an Fischi. Also Fragfischi heißt ja unsere Sendung. Die Frage an Fischi war, an Fragfischi, an Fischi halt in dem Sinne, war, wann gehst du zu Bett? In der Regel, wenn ich müde bin. Sehr gute Antwort. Dann bedanken wir uns für diesen kurzen Einblick in Fischis Leben und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Gute Nacht. Wie können wir das bitte wieder löschen?